Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid super in die Woche gestartet. Wie gesagt, die Woche kommen die Update-Videos immer, beziehungsweise Montag bis Donnerstag, immer erst so gegen Nachmittag. Aber es sollte ja nicht schlimm sein, weil vieles momentan sowieso nicht passiert. Momentan traden wir bei ungefähr 42.800 US-Dollar. Und bevor wir in die Chart-Analyse reingehen, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und um mich zu unterstützen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 42.800 US-Dollar. Wir sind hier inmitten dieser riesigen Supply-Zone. Also wir haben jetzt schon die 12 Stunden haben wir mittlerweile rausgenommen, haben aber immer noch hier eine 1, 2, 3, nochmal eine 3-Stunden, eine 6-Stunden, eine 8-Stunden-Supply. Also dicke, dicke Widerstände weiterhin über uns. Was ich gestern auch in die Telegram-Gruppe gepostet habe, war, wir hatten grundsätzlich eine Bearish Divergence. Die hat kurzzeitig zumindest ausgespielt, wir wurden aber sofort wieder aufgekauft. Also die Bullen sind momentan noch in der Oberhand. Weiterhin ist trotzdem nicht die Gefahr, meines Erachtens zumindest, gebannt, dass wir nochmal deutlich tiefere Kurse sehen. Wichtig ist jetzt erst einmal, wir haben hier unten weiterhin diese 2-Stunden-Demand-Zone. Hier liegen die 4 Stunden EMA-Ribbons, hier liegt der 200er EMA plus ungefähr der 200er SMA. Wichtige Indikatoren. Aber warum gehe ich jetzt trotzdem nochmal von tieferen Kursen aus? Wir hatten es vorhin kurz in der Telegram-Gruppe, hatten wir vorhin kurz das Thema, wegen den ganzen Longs, die da unten liegen. Also hier unten liegen ungefähr, ich glaube, 28 Milliarden Longs zu liquidieren. Bis ungefähr 33.000 US-Dollar. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass wir hier immer noch einen riesigen doppelten Boden bilden. Auf dem 4-Stunden-Chart sieht das nicht wirklich toll aus, sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Trotzdem wäre auf dem Daily vor allem, also wir können uns da noch nochmal gerne in den Daily angucken, beziehungsweise wir können jetzt einfach auch in den Daily reingehen, weiterhin die Möglichkeit hier dieses doppelten Bodens. Auf dem Daily sieht es viel, viel schöner aus als auf dem 4-Stunden-Chart, deswegen auch immer mal die größeren Timeframes angucken. Und ihr seht, die Möglichkeit besteht. Also es ist noch voll im Play, wir werden immer noch in einem doppelten Bodenbereich. Deswegen möchte ich das auch weiterhin nicht ausschließen. Wichtig ist halt erstmal, wir können das jetzt auch wieder wegmachen, entweder hält diese 2 Stunden die Mahnzone, sehen dann hier ein Bounce, ich zeichne euch das mal ganz kurz ein. Die ist nämlich extrem wichtig. Dann können wir den Trend nach oben hin fortsetzen. Ich weiß aber nicht, oder ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das wirklich ausreichend ist, weil der RSI, wir sind hier bei mittlerweile 78 bis in die 80er-Region angekommen, also absolut übergekauft mittlerweile. Deswegen bin ich sogar eher auf den Trip mittlerweile, mindestens hier in diesem Bereich von 37.000, 38.000 US-Dollar. Wir haben ja unten noch einmal multiple Demand-Zonen, heißt sehr, sehr viele Support-Zonen, plus unseren riesigen Downtrend, den wir hier auch noch im Play haben. Also das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das sind weiterhin wichtige Zonen, die wir im Auge behalten müssen und nicht einfach jetzt sagen, ja, wir gehen jetzt sofort wieder to the moon. Also ich bin weiterhin noch ein bisschen Team-Vorsicht, wie man so schön in Bayern sagt, aber jetzt mal komplett aus dem Kontext gerissen. Deswegen, ich bin auch noch in keiner Long-Position. Das wisst ihr, ich habe sogar einen Teil immer geshortet, habe ich euch ja in der Telegram-Gruppe immer auf den Laufenden gehalten. Ich bin mir echt unsicher, ob das hier wirklich schon die Trendwende darstellt. Das sind so viele Longs, um zu liquidieren. Die Fundings sind absolut normal. Das heißt, 50 Long, 50 Short ist ungefähr ausgeglichen. Also danach würde ich jetzt auch erstmal nicht gehen. Für mich wäre es einfach bullish, hier einen Retest zu sehen in dem Bereich von 37.000 US-Dollar, weil das eben ein wochenlanger Downtrend war. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir hatten hier wochenlangen Widerstand. Es wäre umso bullischer, diesen Widerstand dann zu testen. Aber nicht direkt auf dieser Downtrend-Linie, sondern lieber ein bisschen tiefer, also so bis 36.000 US-Dollar, weil viele mit diesem Retest rechnen. Und die großen Leute, die großen Fische, die Bitcoin akkumulieren und den Markt bewegen, werden, glaube ich, nicht die Chance geben, hier eine Long-Position aufzumachen. Entweder zuvor, deswegen der Bereich um 38.000 US-Dollar, wer sich in der Long-Position aufbauen will, aber mit der Prämisse, der Bereich zwischen 32.000 und 33.000 US-Dollar ist weiterhin möglich. Ich bin von meinem Plan noch nicht abgerückt. Ich sehe immer noch Möglichkeiten, dass wir hier runtergehen. Deswegen habe ich das auch alles noch eingezeichnet, weil für mich noch keine richtigen klaren Zeichen erkennbar sind. Außer, dass ich jetzt schon zweimal geshortet bin. Beim letzten Mal, wo ich geshortet habe, das wisst ihr oder die mich von Anfang an verfolgen, sind wir danach einfach explodiert. Deswegen, Kontraindikator bin ich. Chart-Analyse mäßig weiterhin hier unten möglich. Gut, genug zu Bitcoin. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, ganz anderes Bild. Wir sind zwar hier auch gepumpt, nur hier haben wir auf dem 4-Stunden-Chart mindestens mal eine Bearish Divergence. Also wir haben ein höheres Hoch im Chart, tieferes Tief im RSI plus abfallendes Volumen. Kein gutes Zeichen. Wir haben Unterstützungen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Hier im Bereich bei 2.900 bis 2.950. Einerseits 200er SMA, also Manu-Indikator, 200er EMA plus diese 2-Stunden-Demand-Zone, die hier auch noch in diesem Bereich ist. Des Weiteren kann ich mir gut vorstellen, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, dass wir hier auf jeden Fall diesen Abtrend-Kanal nochmal testen. Hier liegt natürlich auch weiterhin das Golden Pocket, was wir im gestrigen Video schon besprochen haben. Golden Pocket, Retest, ehemaligen Widerstand zu Support flippen, extrem bullish und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Also diesen Abtrend auf jeden Fall mal im Auge behalten. Der hat hier unten immer gewirkt. Klar, wir hatten hier ein kleines Fake-Out, sind aber sofort wieder reingekommen. Deswegen ist der für mich weiterhin noch intakt. Schauen wir uns Cardano an. Cardano hat es ein bisschen besser gemacht. Hier hatten wir 1 zu 1, wie wir im Video besprochen haben, wir sind nach oben gegangen, also beziehungsweise hatten nochmal einen Retest auf unserer Abtrend-Linie. Die 4 Stunden EMA-Rubbins, habe ich euch im Video gesagt. Perfekter Entry, wer es mitgenommen hat. Ansonsten hier nach oben. Nur dieses Mal haben wir es wirklich über die blaue Downtrend-Linie geschafft. Es war jetzt nicht absehbar gut, das da drüben ist dann schon mehr Vorhersage. Das war für mich relativ safe, dass wir hier nochmal einen Retest sehen. Aber hier oben, jetzt ist es wichtig, diese blaue Downtrend-Linie beziehungsweise diese Widerstandslinie zu halten. Haben wir jetzt auch mit einem Retest gesehen. 200er EMA, 200er SMA. Ihr kennt das Spiel. Perfekte Altcoin-Indikatoren, um irgendwelche Long-Positionen einzugehen oder auch Short-Positionen. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Auch hier deutet sich eine Bearish Divergence an. Also jetzt mit der 4-Stunden-Candle. Entweder wir nehmen das noch raus mit der nächsten 4-Stunden-Candle. Also ein höheres Hoch im RSI. Ansonsten hätten wir auch hier erstmal eine Bearish Divergence. Also kein gutes Zeichen. Und macht dann doch eher diesen Weg frei, den wir hier nochmal gesehen haben oder eingezeichnet haben, besser gesagt. Nur halt jetzt ein bisschen höher. Nochmal ein Retest von diesem Abtrend. Also es ist noch nicht so ganz klar. Ihr seht es. Es ist noch ein bisschen unentschlossen. Ich achte ziemlich auf Bitcoin momentan. Altcoins ist echt schwer. Was haben wir bei Solana jetzt, um es auf Solana zu sprechen gekommen. Wir hatten hier unsere grüne Widerstandslinie. Hier hatten wir immer wieder Widerstand. Dann Supporter in unserem Abtrend. Haben diesen ehemaligen Widerstand zu Support geflippt. Und jetzt ist dieser Monats-Pivot plus der 200 EMA, 200 SMA. Ihr merkt es. Man kommt immer wieder drauf zurück, auf diese zwei Indikatoren. Widerstand. Also extrem wichtiger Widerstand hier, den wir erstmal durchbrechen müssen. Bearish Divergence haben wir hier nicht. Ne, haben wir sogar gar nicht. Wir haben ein höheres Hoch im RSI. Also hier sieht es noch eigentlich gut aus. Sollten die Märkte jetzt natürlich korrigieren. Bitcoin hat Luft bis 44,5. Bis da hoch könnten wir theoretisch steigen, bevor wir dann wirklich eine Korrektur sehen könnten. Was meines Erachtens immer noch sinnvoll wäre für den weiteren Verlauf. Schauen wir uns Luna an. Luna hat hier dieses Inverse Head & Shoulders gebildet. War zwar kein Muster Head & Shoulders, aber wir haben es ja mal angesprochen. Hatten Breakout. Haben diesen Widerstand bestätigt. Hier seht ihr es, diese Grenze. Wunderschön bestätigt. Plus die vier Stunden EMA Ribbons. Bullish geflippt. Aber uns fehlt hier Volumen. Also es ist kein impulsiver Move, wo ich jetzt sage, boah, perfektes Breakout, Breakout bestätigt. Und dann möchte ich aber einen impulsiven Move nach oben sehen. Den hatten wir nicht. Fehlt mir also. Engine. Ich kann es nicht oft genug sagen. 200 SMA, 200 EMA. Leute, nehmt euch diesen Indikator rein. Völlig for free im Endeffekt. Bietet sich an. Retest. Long Position hier eröffnen. 3-4% nach unten hin. Luft. Fertig. Pump. Stop Loss sofort auf Einstieg dann, sobald wir hier den Pub gesehen. Auch hier immer wieder Support und Widerstand. Engine ist halt jetzt noch das Risiko. Hier seht ihr es hier drüben. War ehemaliger Support und zwar mehrmals. Und jetzt sind wir genau in dieser Zone rejected worden. Also hier wird es jetzt interessant. Wir haben zwar hier eine Menge Support durch diesen Monatspivot, durch den 200er SMA plus den 200er EMA. Aber trotzdem wäre ich hier ein bisschen vorsichtig. Wir haben keine Bearish Divergence. Gutes Zeichen. Aber auch kein wirkliches Volumen hier im Markt. Also Engine wäre ich ein bisschen vorsichtig. Rechne ich auch ehrlich gesagt lieber nochmal mit einer kleineren Korrektur. Wir hatten hier drüben diesen Abtrend. Können wir uns jetzt auch nochmal einen kleineren Abtrend machen. Der ist schon ziemlich eng. Also wir bouncen hier immer wieder. Wenn der natürlich bricht, tiefere Kurs auf jeden Fall möglich. Hier wäre jetzt für mich weniger eine Long-Position zu eröffnen. Sogar eher eine Short. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Die Schattenseiten von NFTs. NFTs streiten sich die Meinungen. Ihr kennt meine Meinung. Ihr wisst genauso, wie ich zu Metaverse stehe. Apropos, da kommt am Sonntag noch ein cooler Call dazu. Also habe ich einen Talk mit Einfach Krypto aufgenommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten, Link werde ich euch dann in die Telegram-Gruppe reinschicken. Wer es noch nicht so lange warten kann, schaut auf jeden Fall jetzt vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Liked den Kanal. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Und wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal.